Jetzt wird es interessant jetzt darf ich glaube ich habe ich renn sammeln für diese 65 minuten ist dafür geplant da bin ich ja mal gespannt ob das was wird der port de garde ist eine altrömische aquädukt brücke im ersten jahrhundert nach christus gebaut wurde das aquädukt versorgte die römische kolonie nemausus über 50 kilometer mit wasser sie überquert den fluss gargadon in der nähe der stadt in frankreich ich wünsche eine ruhige schicht liebe michael und nachher dann hoffentlich bald ein schönes wochenende berühmtes fragment eines römischen äqueducts in frankreich es wurde im ersten jahrhundert versorgte die stadt mit der pro gedings okay zahlreiche graffiti auf dem äqueduct zu stören die wahrnehmung des werks und die schwer zu entfernen bindemittel der farben über ein vandalismus verwendet wurden bringt tief in die struktur der steinblöcke ein erneuere die beschädigten säulen das geschwächte bindemittel des mörtels zwischen den einzelnen blöcken ist der grund die lockerung der wandstruktur und die zerstörung von zwei stützen in den arkaden was eine gefahr für die stabilität der gesamten des gesamten bauwerks sowie für die gesundheit und das leben der touristen darstellt die sich in der nähe des gebäudes aufhalten erneuere blöcke und alte gegenstände wir werden es erleben restauriere oberen äqueduct tunnel lassen wir lassen wir es einfach auf uns zukommen wir werden das schon hinkriegen wenn da als vorgabe 65 minuten steht dann kannst du reichlich zwei stunden über länger einplan im schlimmsten fall muss ich halt mal ein paar minütchen länger machen so werde es versuchen im schnellgang zu machen aufheben aber wir sollen hier müll aufheben okay okay das erste was wir hier machen sollen wir sind denn nur 70 stück natürlich sehen wir auch gleich mal die ganze länge des ganzen ganze auch wieder geiles deutsch ob sie mal auch o gott o gott o gott proxima auch hier eine ruhige geschichte und auch früher süße träume kommen gut ins wochenende ach du scheiße guck mal darunter so was sagt man nicht aber was soll man sonst sagen als ach du scheibenkleister hey miri kannst du mal helfen aufräumen ich habe hier so ein bisschen wo erlitte mit viel müll liegen haben hier gehaust wie die vandalen Der Ringer! Aber ganz gute Grafik. Warte mal. Kann man den bis nach da hinten schmeißen? Nee, natürlich. Doch. Sieht schon ganz nice aus, oder? Ah, über die Hälfte des Mülls haben wir ja schon, Mensch. Geil nur noch da? Weiß nicht. Aufheben? Wo aufheben? Da unten? Hä? Ich kletter doch jetzt hier nicht runter. Da mache ich jetzt hier erstmal hier oben fertig. Wenn ich jetzt wieder runter hochklettern muss, dann kriege ich ja eine mittelschwere Lebenskrise. Ei, der daus. Ei, der daus. 56 von 70. Das klingt gut. Oh my god. Oh my god. Und, und, und. Wird es reichen? Wird es reichen? Ja. Beseitige Graffitis und Lackschäden. Also, was, was, was beseitigen wir die? Mit? Ach, wie sprühen die über? Na denn. Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Warum wir da jetzt drauf sprühen sollen. Sollen wir als Lösungsmittel gelten, oder was? Das ist doch kein Problem. kommt schon die berlin ein prozent jetzt so jetzt erneuern mit dem putzlappen natürlich putzi 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 da putzi 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 und da putz die ganze nacht und halte dabei wach ich glaube ich habe das zeug eingeatmet ah ja es gibt schlimmeres im leben als wenn andrina singt doch im auge zum beispiel hat mich wirklich auf dem fußboden auf den knien rumrutschen um diese kacke hier fertig was beseitige graffiti hat das war nur der erste teil na toll wo der rest erneuern denn wie viel meter höhe musste außen lang war warte mal soll ich mal soll ich mal mein leben riskieren wir kommen hier wieder hoch lösungsmittel schnippeln gute idee na klar viel abgeschlossen römische teile einer säule säule natürlich jetzt zwei von 29 kapitis und nämlich wo finde ich denn hier zwei von 29 kapiti kaffeemarsch kaffeemarsch nämlich weil kaffe ich brauche die ganze ganze ich brauche die ganze galone kaffe muss dieses kreis ich muss dieses spree wieder aus der nase kriegen was soll ich denn damit sammeln wir sammeln das natürlich warum nicht wir sammeln hier alles dann hätten wir die da unten auch gleich mitnehmen können ja egal wir nehmen hier alles mit was wir hier so farbhaft werden können jedoch was hätte ich das gewusst hätte ich das gleich gesammelt ich möchte mal wissen wo die graffitis sind möchte ich das wissen nein möchte ich nicht aber ich muss jetzt hier schnell ganz klack 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 die mucke zwei hohen ein gänse wo sind denn hier graffitis guten tach wir müssen hier irgendwie ich glaube ich habe graffitis gefunden das ist aber nicht das graffiti was ich hier abspachtelt sondern das moos sprühen das tut gut das war nicht schlecht oder wenn da steht 14 meter auf der anderen seite ne ach du scheiße was nie los was mir los mit der bürste natürlich die bürste darunter hier ich nehme auch zwei ist doch kein problem wenn wir da noch was machen vielleicht noch mit dem lappen putzen auch noch guck mal hier wie bei power wasch wo da hat man wasser zur verfügung und nicht so ein putzenlappen noch was echt jetzt echt jetzt wirklich jetzt das sind doch keine graffitis das ist doch ohne moos nix los oder so die bürste natürlich die bürste muss ran es war nicht warum jetzt das ist die drahtbürste dazu habe ich zu wenig geschlüffelt als dass ich das ertragen kann dazu habe ich echt zu wenig geschlüffelt und jetzt das läppchen natürlich das läppchen und gleich kommt die flut und drinnen wird weggespielt werden sie bürste natürlich vielleicht habe ich ja die chance aber ganz ehrlich warum haben die nicht gleich die ganze mauer genommen warum ist noch einmal damit es doch so richtig anstrengend wird so wir spachteln das wieder weg hier wir sind die spachtklapper mehr war schon ne jetzt kommt die bürste dran ah ja das war es auch schon und das läppchen natürlich ich spachtel mittags auch viel weg besonders wenn es schmeckt natürlich das kann ich verstehen das würde ich auch so tun so das brauchen wir auch das steht noch nicht fest ne spachteln natürlich haben wir spachteln was möchte er jetzt fertig oder was ab und will er nicht was wir denn jetzt schon fertig oder was nein oder und wie guckt man hier wir brauchen ein spachtel jetzt nimmt er den lappen durch los bei dir hatte soll schon fertig sein aber hat weiß ich nicht brüste zu bleiben oder was was soll ich denn nehmen zeigt mir mal was ich ich will eigentlich gut nehmen die hände was willst du jetzt hier nehmen die bürste ah ja sehr sinnvoll 100 prozent fertig jetzt dürfen wir hier auch bürsten 100 prozentig darf ich jetzt hier auch bürsten nein lappen darf ich hier oh god ich habe mir den traumberuf schlechthin ausgesucht glaube ich da gehe ich doch lieber auf dächer schindeln machen warte mal was nicht dahinten und 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 haha ähm 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 stück für stück zusammen ne sechs von acht teile haben wir schon siehst du siehst du den kaktus da ist noch eins ja wie soll man denn das sehen bitte ja okay das haben wir auch schon zu nächste mauer nächstes stück dann gehen wir gleich schwimmen oder sowas mal gucken was sollen wir denn hier spachteln ne hier müssen wir bürsten also es ist nicht graffiti also diese beschreibung des graffitis finde ich echt enorm schlecht ne muss ich jetzt mal so sagen ah diesmal nimmt er die ganze mauer sehr gut das ist ja wenigstens was na jetzt das läppchen holen wir das läppchen raus wunderschön so jetzt brauchen wir die hände frei weil wir sind bestimmt oben lang mein zarten was drauf verwenden nein wir laufen durchs wasser wir sind jesus ich bin jesus ich kann übers wasser laufen kann nicht jeder von sich behaupten ne also erwartet oh gott nein bitte nicht nicht heute heute wird nicht erwacht äh ein läppchen schwupp 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 fertig ist der pflop ach ne ja vergiss es einfach wir haben es gleich wir haben es doch gleich siehste perfekte so wissen wir ja auch noch mal an nö da ist nur gras ne aber es müssen noch irgendwo acht geschmuddelungen sein geschmuddelungen da oben steht irgendwo erneuern ich denke nicht ernst jetzt ne mein bald da ist schon klar aber hier geht eine wunderschöne treppe nach oben oh wund wer hat kohlrouladen wer hat kohlrouladen Frau Wirsing ist toll ähm 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 haben wir ein Schäufelchen? haben wir ne? ach vergessen warte mal hand wissen wissen ja hey ich geh jetzt hier rein warum gibt der mir das nicht? ach lass doch fallen so jetzt schaufeln oh schön oh schön oh ist das nicht schön die machen glaube ich gerade alles durcheinander aber wer weiß wozu es gut ist äh römische Teile von irgendwas äh ewk wollen wir jetzt nicht sagen ich soll jetzt hier inne drinnen wir sollen hier spachteln wenn ich fertig achten was wundersch kann nur eine mutter ihr kind hier sind rouladen und zum nachtisch rumkugeln perfektes weihnachten also für mich ich glaube wir müssen das weihnachten verneuern aber das zählt nicht unter Dings ne? das zählt nicht unter Graffiti ne? ich weiß nicht unter was das gerade zählt oder was zählt denn das? hier muss man noch was? warte mal was macht man denn hier auch mit einem Läppchen noch? natürlich hier ist auch noch ein Läppchen der tunnel ist abgeschlossen die brauche ich nichts mehr tun das glaube ich nicht guck mal hier mal hier das kann ja gar nicht sein erneuert ich muss eine runter wissen hier runter wir müssen ich weiß nicht wo ich hier bin aber ganz schön gefährlich muss ich jetzt mal so sagen das ist hier mega gefährlich ich wusste wir kriegen die kilometer geld 65 minuten er wäre das problem ist ohne speichern also ich möchte das tatsächlich auch nicht noch mal machen da würde ich nämlich eine mittelschwere lebenskrise kriegen aber einen anderen auftrag durfte ich tatsächlich auch nicht machen also langsam ne irgendwie hier alles zusammen lass mich doch darf hier nicht weiter gehen ach hier alpha wand echt jetzt ist echt alpha wand aber jetzt muss ich ja trotzdem gucken wo hier noch graffiti sind na wo soll denn hier noch graffiti sein also ich sehe keine na wo man so gemerkt haben möchte ich bin total blind und hier ist die ganze säule zerstört ich sehe hier echt kein graffiti wo soll ich denn jetzt hier noch gucken wo soll ich jetzt hier noch gucken nach graffiti einige die wände beseitige graffiti und leckage leckage deutlich aber was sind denn leckage ich sehe keine graffiti ich sehe keine graffiti nein auch was woher denn graffiti nein 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 keine graffiti und überhaupt ne und so ne wo sind denn je gaffee dies wo sind denn hier gerade für die jene zu sehen als wenn der kram nicht schon hoch genug ist bauen wir noch ein paar größte wieso sind denn da unten gerüste kann mir das eine erklären will ich wissen warum da unten gerüste stehen hier sind doch keine weil ich denn jetzt mal vorbeischicken dann kloppe ich dir eine auf die nase das sage ich hier wenn du mir den dennis schickst dann ist hier wirklich andrina fuchs teufels bild da gibt es voll eins auf die oma die wurden lebe nicht so haben wir denn hier am besten an besten fangen wir mit dem spachtel an ich glaube wir fangen mit dem sprühen an er sagt mir nicht mit was ich anfangen sollen spachteln nein fall doch nicht runter ja springen auf einer seite runter am besten ganz nach unten schickte meine katze vorbei dass hier so eine gute idee ist weiß ich glaube sollen ja das ist hier keine so gut bin ich so ganz sicher dass sie das hier überlebt okay das ist schon mal erledigt jetzt wollen wir noch mal eine leiter denn wenn man stücke wird hoch jetzt da auch noch hat noch mehr spachteln wir spachteln 65 minuten leben nicht allein das zu finden ist ja schon jahre und jetzt sprühen natürlich wir sprühen das alles grün damit wir das abkriegen damit wir auch ja nicht das so einfach haben müssen wir noch ein paar mal lang juckeln hä wäre ja ein ding wenn wir das zu einfach hätten das wäre doch gelacht wenn wir das andrina zu einfach machen würden hier ist doch nur schon 20 mal tausend mal runter gefallen warum denn da hinten ich bleib doch hier trau einen wunderschönen meine damen und herren willkommen beim 20 22 wir kratzen hier gerade wunderschönes ultimativ neu gestaltetes graffiti von dieser wunderschönen brücke das ist eine sehr entspannende sehr beruhigende eine vielseitige arbeit sehr meditativ jetzt müssen wir schon wieder das herrmärchen rausholen da will ich das ganze wenn ich das ganze gestänge einfach darüber schieben oh man jetzt geht das ganze geklopfe hier wieder los ein ding ich könnte ein paar lieder singen schwingungen oh man echt jetzt 65 minuten im leben nicht so wie viel müssen wir denn noch vier hier brauchen wir schon mal einen spachtel da sind wir ja schon mal auf der auf der sicheren Seite die kratzen natürlich bis da unten damit wir nicht nochmal da hinlaufen so sehr gut so noch mal kratzen da oben warte mal wir haben hier ein leiterchen können wir hier mal richtig schön den kratzern anmachen also es war definitiv ein berufswunsch von mir an Hauswänden rum zu kratzen so sprühflasche an da steht ha ha schön blöd dass du das jetzt gerade weg machst also steht er nicht aber er könnte daneben stehen so und jetzt das Läppchen immer schön dran denken immer schön frisch fromm fröhlich frei mach's gut mach's nach mach's besser oh Gott also so ein bisschen ist das reinige die Wände ist abgeschlossen yes wir haben alle griffelt so aber wir lassen die jetzt oh hier stehen die sollen jetzt Bauauftrag Lastenkran zum Entladen ja wo finde ich den denn wo finde ich denn jetzt den Bauauftrag Bauauftrag nein oh hier hat keiner gesagt wo ich den finde hallo stoppuhr startet warum stoppuhr startet wieso startet hier eine stoppuhr aber wo finde ich den Bauauftrag haben wir hier einen Bauauftrag so ich drehe durch also ich finde es schon krass da hinten doch ich hätte einfach nur übers Wasser laufen müssen Jesus ach man ey oh oi 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 und hepp so warten bis der Lastenkran entladen ist natürlich ich seh mich hier hin und warte ich war jahrelang Hausmeister das hat mir gereicht oh je so schlimm guck mal beauftragt Lastenkran 2 haben wir nämlich auch schon ich bin nämlich klug ich bin nämlich klug eine Minute noch was okay also der eine Minute 40 und eine Minute 11 werde diese Brücke niemals in 65 Minuten schaffen aber die Pakete die verschwinden gerade vom Schiff und werden da irgendwo aufgeladen immer wieder gucken wie ich da hinkomme weiß gar nicht wo ich hin muss aber wir werden es erleben 38 Sekunden kann ja nochmal schluck kalten Kaffee genießen so 20 Sekunden ich hoffe dass ich irgendwas sehe wo ich hin muss also ich habe einiges an Blöcke eingelammelt eingelammelt eingesammelt was wir nachher zum restaurieren brauchen so eine Kran ist da fertig Ziel abgeschlossen Warten bis Lastenkran 2 entladen ist ja wie gut dass ich den gleich mit gestartet habe stellt euch mal vor ich hätte jetzt noch mal eine Minute gewartet naja Kinder können grausam sein war in einer Grund- und Hauptschule Hausmeister danach an einem Hotel Hotelgäste können erst recht grausam sein das stimmt so setze die Blöcke ein wo Blöcke einsetzen schüpf mal hier hoch vielleicht hilft es was hier gibt es auch eine Treppe wir müssen mal kicken wo wir hier Blöcke einsetzen steht hier irgendwas an Metern ach da haben sie die Blöcke hingeschmissen auch nicht schlecht ok 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 ich verstehe ich verstehe ich bin eine von den guten jetzt geht das los jetzt kommt ein kleines Teilchen dazwischen er ist nicht ganz so schwer gewesen über den hängen wir einfach hier oben rein überhaupt kein Problem der hält gibt mir echt einen Bruch ich sehe das oh Gott wollte es den Job machen jetzt ja bin ich hey äh ich Christi ähm okay den müssen wir diesmal nicht an der Decke hängen ei 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 also heute Abend habe ich bestimmt Rückenschmerzen wenn ich ins Bett gehe doch noch rüberkopf oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh ich kann nicht mehr ich kann auch laufen nachher laufen wir es relativ ich bin pipi lang strumpf ich habe ganz viel spinat gegessen die popeye hallo hoch nicht jetzt ach da an der seite auch noch ein fall doch nicht und da ist auf dem fuß gefallen das geht gar nicht bei der seelmann jetzt schiebe ich diesen großen stein da oben genau dahinter nicht jetzt ernst ich glaube ich muss mit dem an der seite gehen oder nicht von der seite geht auch nicht die mich hier verjuckeln die nehmen wie soll ich das denn machen wie soll ich den stein da reinkriegen die wollen mich verarschen oder wir mal den stein hier wieder raus wie soll ich denn den da jetzt reinkriegen das ist doch eine frechheit oder gute nacht lieber frieden darf gut und diese träume und ein wunderschönes wochenende das ist ein witz oder der wird ja da angezeigt das ist das hellblaue das ist der davor dass der davor jetzt warte wisst ihr was wir jetzt machen wisst ihr was wir jetzt machen ich rauf hoffe es Aber wie soll ich den denn da reinkriegen? Wie kann man denn einen Schritt zurückgehen? Konnte man irgendwie einen Schritt zurückgehen? Der andere Stein wurde blau angezeigt. Ja, ja, deswegen. Aber ich muss noch zwei reinsetzen. Dieses hier vorherige Spiel. Mit Komma. Ja. Wenn ich den jetzt hier reinsetze, kann ich den anderen nicht mehr reinsetzen. Gar nicht mehr. Das ist das Problem, was ich habe. Der gehörte da rein. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Oh, nervt mich das. Kann ich das nicht zurück machen? Ja, die richtige Reihenfolge hätte ich gemacht. Aber wie kriege ich das wieder da raus? Oh, liebe Grit, schlaf gut, süße Träume dir. Ich habe es wieder. Der Registrar. Ich hole das jetzt mit dem Skalpell wieder raus. Nein, keine Ahnung. Ja, ich kriege das nicht wieder. Das Ding ist versemmelt. So. Hätte die Blöcke in leere Schlitze ein. Was? Ja, ich habe immer noch diesen... Ja, das ist zwar jetzt... Ah, wie mache ich das jetzt? Ich bin so doof. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein, 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 nein. Äh. Scheiß Brücke da. Gott. Bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne. Bitte nicht von vorne. Nein, nicht von vorne, okay. nicht von vorne aber die steine sind alle wieder raus so leute jetzt müssen wir aufpassen jetzt müssen wir aufpassen also der geht schon mal rein gott sei dank er kann auch schon mal rein weil der da ist nichts hinter er ist da was hinter warte nein da ist der ok die kamera einsetzen gott sei dank der unten leute oh gott er geht auch rein müssen jetzt echt aufpassen ja das ist dieser hier das war das ist dieser hier der da nicht rein ging mehr ich weiß es nicht auf jeden fall nee der da drüber na ok müssen echt aufpassen dass wir von innen nach außen bauen was bist du für eine du bist dort aber ich kann mir glaube ich setzten ja kann man auch ich haben wir auch setzen da musst du auch noch aufpassen wie du die teile da rein setz halt ich lasse mir mal noch lieb er kann schon rein ne ja der kann rein er kann rein er kann auch rein den machen wir auch schon mal rein den können wir auch rein setzen da ist bloß aufpassen der untere kann rein der untere kann rein müssen jetzt die finden die da hinten rein kommen die beiden den noch nicht den noch nicht den auch noch den das ist auch der vordere ne dass da ja ein hinterer das ist ein hinterer caught frage ja gott so jetzt müssen wir den anderen finden. Ja, das ist der. Okay, und ab jetzt können wir eigentlich nichts mehr falsch machen. Aber ich habe gesehen, dass wir den Auftrag nicht beenden müssen, tatsächlich. Wir gehen einfach ins Büro und machen das nächste Mal weiter dann. Oh Gott. Ui, 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 ui. Also jetzt hatte ich eben schon Schiss, dass ich das nicht weitermachen kann, ne? Das hätte mich sehr geärgert. So. Ich setze die Blöcke in die leeren Schlitze der Säulen ein. Die Blöcke in die Schlitze der Säulen ein. Blöcke? Wo sind denn noch welche? Wo sind denn noch welche? Wo sind denn noch welche? Diese hier, oder was? Ach, hier sind die anderen. Okay, okay. Ich verstehe. Kein Problem. Machen wir doch mit links um 45 Fieber. Also, wir brauchen erst mal den in der Mitte. Das ist ein richtiger. Den können wir da unten schon mal setzen. Ich glaube, wir sollten wirklich von oben nach unten aufbauen, ne? War der richtig? Ich glaube schon, oder? Da ist einer hinten, oder? Der geht. Der geht. Der geht. Oh. Ja, der geht auch. Oder? Der geht. wunderschön er geht auch mit bestimmt knifflig er geht über meine füße gestolpert hey da drinnen herr gott eine könnte man noch naja schon oder grauen die du vorher schon eingesammelt hast und meinst du ja die werden bestimmt auch noch kommen denke ich wenn ich hier was sehen würde zur abwechslung wäre ja schon mal gut also bis jetzt sieht es ganz gut aus oder so kleinen bei dem warten wir mal noch den warten wir auch mal noch ich würde gerne den hinteren haben wollen das der hintere echt schwer zu erkennen das ist nicht der hintere oder das ist der hintere oder wenn das nicht die anderen vor mich her schiebe so musste aber noch was in die mitte rein lange oder so der hier gleich ja das ist der tada so er kommt da vor bringen wir hin dann muss er hier da in die mitte rein komm schon räder teil auch nicht noch er gott geht er rein du kommst nein warte mal geschafft okay restauriere die römische spiele auf dem renovierungs also letzte schandtat wir sollen hier restaurieren das letzte schandtat für heute ja liebe jill schlaf gut und süße träume hier aber was ist jetzt diese komisch komische stehle nein 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 was ist das warum kommt man hier nicht wieder raus warum kommt man hier nicht wieder raus ja die sinne diese sollen wir machen machen wir die haben wir viel abgeschlossen und dann sollen wir sammeln das werden wir das nächste mal machen und dann